Ein Parquet ist klappgekommen. Ein kleines Paar auspacken. Was ist drin? Ein Vakuumierer. Drei Rollen Folie, besser gesagt Schläuche. Und das gute Stück. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Achtung, jetzt wird gleich etwas laut. Funktioniert 1A. Das brauche ich dann morgen, diese Utensilien, besser jetzt auch Zutaten, für das nächste Video. Zweiter Versuch mit einer ganz normalen Gefrierbeutel. Man muss es nur richtig einlegen. Da hatte ich vorher nicht drauf geachtet. Mal schauen. Es funktioniert nicht. Man braucht schon die Originalbeutel.